hallo ihr lieben so heute mache ich was für mich doch recht neues ich habe zwar bestimmte sachen glaube ich schon mal so in der art zumindest gemacht aber eben noch nicht jetzt so direkt das ist so ein bisschen so so eine art scrapbooking journaling glaube ich heißt das und genau ich mir so ein unheimlich schönes set ich mag diese kleinen süßen teile dazu und unheimlich tolles set ich verlinke euch dann auch die sachen unten weil ich habe sie von etsy und wer mich so ein bisschen kennt ist weiß dass ich sie als als unterstützer von kleinen unternehmen eigentlich sehr sehr gerne mag ich habe bei derjenigen schon mal was gekauft und ich mag das halt sehr wenn dann so die sachen so unglaublich liebevoll einfach hergestellt werden beziehungsweise eben auch verschickt werden ich habe ja schon etliche kleine sets dann eben so gehabt eben auch kerzen gießen und das macht einfach so diesen charme einfach aus und ich habe bei der zum beispiel habe ich jetzt noch das moosbild damals gekauft und hatte mich jetzt irgendwann mal wieder drauf verirrt auf ihrem profil sowohl bei instagram als auch bei etsy und habe gesehen wie schön diese sets doch bitte schön sind und so vielfältig eben auch und ja und dadurch habe ich gedacht mensch das ist doch eine tolle art um da jetzt zum beispiel auch da wieder wer mich ein bisschen kennt ich liebe ja postkarten ich freue mich immer wenn ich welche zugeschickt bekommen habe ich habe jetzt meine letzte die ich jetzt zugeschickt bekommen habe die ja ich da jetzt nicht verarbeitet die kam nämlich erst danach beziehungsweise sie schlummerte schon im briefkasten habe ich aus disney world oder disneyland glaube ich heißt das aus paris zugeschickt bekommen von meiner hochzeitsfreundin und genau da werde ich mir jetzt noch was besonders einfallen lassen und aber ich habe eben wie gesagt relativ viele postkarten oder auch geburtstagskarten die ich halt aufhebe weil das für mich so schöne erinnerungen sind die man zumindest aus meiner sicht sehr gerne festhalten sollte nicht jeder macht es manche finden postkarten oder irgendwas total langweilig ich finde sie unheimlich schön ich mag es weil da einfach auch die handschriften von den jeweiligen menschen drauf sind gedanken von den menschen und dadurch ist es für mich immer ein unheimlich schönes andenken was ich dann immer habe und die hebe ich eben auf und habe sie bisher immer nur ganz schnöde langweilig auf so ein kraftpapier aufgeklebt mit so ein foto ecken aber mit großen foto ecken und weil ich eben gerne auch die rückseite dann nochmal sehe also nicht nur die fotos vorne sondern eben auch die rückseite und genau und wie gesagt jetzt diesmal möchte ich es gerne ein bisschen anders machen das so ein bisschen ausprobieren also für mich ich bin überhaupt kein profi aber ich habe auch relativ lange jetzt gebraucht um mich daran zu trauen wie sagt man wie hat die jeweilige gesagt wo ich es gekauft habe die angst vor dem weißen papier und ja genau das ist es letztendlich weil ich diese schönen sachen halt nicht irgendwie kaputt machen wollte mit karten oder mit sachen wo ich dann irgendwo denke schade hätte ich vielleicht doch anders machen sollen und dadurch war ich da so ein bisschen gehemmt und habe mir jetzt zwei karten rausgesucht die ich gerne dafür nutzen und die sind auch aus diesem jahr noch also wo schon welche aus meinem freundesbekanntenkreis im urlaub waren und an mich gedacht haben und da habe ich jetzt einfach so ein bisschen versucht so ein bisschen zu schauen wie funktioniert wie kann was schön aussehen wie gesagt es ist noch ein komplettes ausprobieren auch so ein ausprobieren wie funktioniert zum beispiel am besten mit dem kleber ich habe zum teil so ein flüssig kleber genommen habe aber auch so ein foto also keine foto ecken sondern so ein foto kleber was man unten drunter macht ich hoffe ihr wisst was ich meine und ich bin mit beiden noch nicht komplett glücklich weil mit dem flüssig kleber kommt bei so schön zarten sachen eben halt auch richtig schnell durch und dadurch muss ich mir glaube ich irgendwie noch mal was neues einfallen lassen und aber ansonsten finde ich das wie gesagt es war total spannend diese ganzen vielen kleinigkeiten die ich da in dem set drin hatte da einfach mal auszuprobieren mehr anzugucken und dinge auch mit ein bisschen mut zu zerreißen weil ich glaube auch das macht diesen charme dann aus von so sachen weil die dann diesen ich glaube es nennt sich vintage look wo das so ein bisschen alles so ein bisschen einfacher gehalten ist zerrissen aber eben auch so vom stil her so dieses alt auf alt gemacht ne also alte zeitungsartikel alte buchseiten so ein transparent papier ist halt auch sehr sehr alt ich weiß gar nicht ob das überhaupt noch so richtig wirklich in es muss ich mal sagen also ich bin ja nun auch nicht mehr die jüngste also und dadurch war ich jetzt bin ich mir gar nicht so sicher und genau ich habe erst mal beides so ein bisschen vorbereitet wie könnte es eventuell aussehen weiß auch erst mal wirken lassen wollte was ich auf jeden fall festgestellt habe ich glaube ich möchte mir gerne so ein stanzer holen womit man die ecken abrunden kann also gerade von diesem kraftpapier würde ich total gerne dass ich dann eben jeweils immer die ecken abrunde den habe ich jetzt noch nicht aber wie gesagt für mich waren jetzt unheimlich viel erst mal diese kleinen teile wichtig wie sieht es aus wie wirkt das ganze fehlt da vielleicht auch noch ein bisschen was mit den trockenblumen habe ich müssen ein bisschen schwer getan weil ich glaube ich da so ein bisschen mein ordner glaube ich dafür nicht mir würde es leid tun wenn die blumen dadurch kaputt gehen weil ich eben immer mehr noch in meinen ordner hier rein packe und dadurch habe ich dann die blumen dann doch nicht genutzt und aber wie gesagt wie ihr hier seht das sind diese kleinen fotoclip kleber die sind jetzt nicht die besten einfach weil sie wirklich da durch drücken aber da wäre ich bestimmt noch was besseres finden falls ihr sowas schon mal gemacht habt schreibt mir dazu gerne mal was in die kommentare was ihr machen würdet oder wie ihr es lösen würdet und ich weiß es gibt zum beispiel welche die machen das unheimlich viel mit so washi tapes auch zum beispiel dass die das dann halt so rüber kleben weil da washi tapes die sind ja so ein bisschen bunt immer gehalten und haben dann auch so diesen leichten weichen effekt also nicht wie tesa irgendwie tesa ist ja so langweilig transparent und aber washi tape hat halt immer so seine eigenen art irgendwo noch also dadurch vielleicht werde ich auch washi tape noch mal ein paar sachen mir anschauen ob die sich vielleicht da ganz gut machen ich glaube ich habe sogar noch washi tape habe aber bewusst übrigens mich dafür entschieden nur mit diesem set das ganze jetzt zu machen das einzige wo ich halt was anderes genommen habe waren jetzt eben zum beispiel hier diese foto ecken diese foto ecken sind übrigens mega weil mit kleinen foto ecken kann man keine postkarten festkleben oder festmachen irgendwie dass das funktioniert und dementsprechend sind diese großen wirklich wirklich schön ich weiß gar nicht ob es die noch gibt weil ich habe die schon relativ lange wenn ich sie finde verlinke ich soll ich gerne ansonsten googelt auch gerne ob ihr das sowas da irgendwie findet und schaut euch das gerne mal an ich kann es nur empfehlen ich mag es weil ich halt auch wirklich immer noch mal rausnehmen möchte mir das gerne durchlesen möchte was man mir geschrieben hat und wie gesagt ich bin da so ein bisschen eigen ich mag es halt erinnerungen schaffen ist aktuell so ein bisschen mein mein motto das mache ich ja auch vielen ebenen eben halt wenn ich weggehe dass ich halt zum beispiel bei den musikbands mir das ganze filme das sind erinnerungen schaffen ich fotografiere halt auch ganz gerne ich baste halt und halte das dann für mich selber ja auch fest klar ich freue mich wenn ihr es auch seht wenn ihr mich abonniert wenn ihr mich kommentiert wenn ihr den daumen nach oben macht und 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 ich habe damit habe ich meinen psalm für heute übrigens durch und genau aber ich mache es halt auch unheimlich oft für mich einfach weil ich wissen möchte was habe ich schon mal gemacht wie sah das aus teilweise finde ich es auch echt schön und schaue es mir halt auch gerne an wie es entstanden ist ich habe jetzt zum beispiel letztens mir noch mal mein hochzeitsgeschenk video angeschaut da was ich letzte woche vorletzte woche hochgeladen habe weil ich das einfach für mich selber so schön fand dass ich das für mich so schön hinbekommen habe gibt bestimmt welche die können das noch viel viel schöner aber und aber das ist halt immer wieder ansichtssache jeder macht das so ein bisschen für sich und genau also ich kann es euch nur empfehlen wenn ihr sachen gerne magt dass ihr den einfach ein besonderes aussehen gibt einen besonderen ort gibt es gibt auch zum beispiel ich mache halt auch dia shows zum beispiel das habe ich auch für die hochzeit vom letzten jahr gemacht für meine freundin weil ich das einfach schön finde wenn man das sich so noch mal anschauen kann ja viele sagen auf fotos und so das guckt man sich gar nicht mehr an ich schon ich schaue es mir gerne an ich mag es halt auch gerne ich mag die zeit die ich dafür investiere und habe dazu eben auch ein album wo ich so ein dia shows zum beispiel drin habe ob von urlauben von bestimmten familien feiern wo ich einfach so ein bisschen immer wieder schauen kann was da so gibt und genau und jetzt hier bei dem war es halt wirklich spannend einfach mal mit materialien zu arbeiten die ich halt sonst so gar nicht kenne hier zum beispiel da war das eine ich glaube das ist so eine das wurde aus so einer stickermaschine gemacht ist aber nur eine vermutung ich habe die jeweiligen noch nicht gefragt ich glaube da ist so also man kann ja bestimmte materialien durch so eine art stickermaschine schieben und dann kommt da so ein Film von so einem sticker kleber drauf und dann kann man das drüber machen und dann kann man das wie einen normalen sticker halt nutzen wenn man es dann braucht und das war jetzt so eine art stoff was ich da genutzt habe und wie gesagt irgendwie eine echt tolle idee ich mag sehr fand ich sehr sehr spannend wie man das dann da so von so einem stoff runter zieht und das hatte ich so nämlich noch nicht klar man kennt irgendwie sticker auch so kleine stoffteile irgendwo aber jetzt so direkt so kannte ich jetzt bisher noch nicht also dementsprechend fand ich sehr spannend also für die verkäuferin ich habe ich liebe den set ich habe es dir auch schon gesagt weil ich das wirklich echt schön finde mich da ein bisschen mal auf einem anderen gebiet auszuprobieren und ja ja also wie gesagt ich habe mich da jetzt ausprobiert ich werde es bestimmt auch noch mal viel viel mehr ausprobieren für meine disneyland karte zum beispiel werde ich mir überlegen wie ich das mit bunten sachen in szene setzen kann da hatte ich jetzt so direkt aus dem set nichts gefunden aber ich werde bestimmt aus zeitungen aus der natur aus aus werbung aus was weiß ich alles gibt wenn ich da bestimmt die richtigen teile finden und werte einfach so ein bisschen was haben dann was ich dafür nutzen kann und ja oh gott ich habe schon wieder ganz viel gequatscht das tut mir leid wenn ich euch immer zu quatsche aber ich mag euch da einfach auch immer so ein bisschen mitnehmen mit den gedanken gerade wenn ich wirklich so komplett neue sachen ausprobieren das wird jetzt immer wieder mal passieren ich habe jetzt noch ein zwei drei videos sowieso schon in planung beziehungsweise teilweise schon fertig und schaudern und werde euch da bestimmt ein paar sachen zu erzählen warum ich es so gemacht habe und nicht anders beim epoxid hearts brauche ich euch glaube ich so viel eigentlich gar nicht mehr erzählen aber bei so ganz neuen sachen will ich diese gedanken auch festhalten und euch zeigen was meine hintergründe daran waren ja ich bin auch schon fast fertig mit dem zweiten habe ich mich gestoßen es tut mir leid ah au und ja ich hoffe ich hat euch hat es gefallen falls ihr fragen habt oder falls ihr gerne noch irgendwie was sehen wollt so in dem zusammenhang sagt mir gerne bescheid ich probiere mich dann gerne noch mal aus und zeige euch dann was dann so als ergebnis dabei rauskommt wie gesagt es kommen jetzt auch noch ein paar sachen die sind neu neue techniken neue art und hoffe euch gefällt es dann auch ich hoffe ihr habt jetzt noch einen wunderschönen sonntag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder nämlich dann die nächste woche und dann bis bald tschüss bis bald 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 Vielen Dank.